Herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider Tödliche Obsession. Ich bin von Nühe, Gameplay ist als Hobby und ich habe dieses beschissene Ding hier gefunden. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, keine Ahnung. Wenn man hier auf die Karte schaut, ich bin hier, also ich bin hier gerade so untergetaucht, ne? Eigentlich müsste ich hier sein, weil, äh, ich bin durch den See hier durchgetaucht zum Herausforderungskrab, das ist ja eigentlich direkt nebendran. Da müsste ich in der Regel eigentlich hier sein beim Eingang, da wo das Zeichen ist. Aber ich bin schon komischerweise hier. Und das Übernehmensversteck, man sieht es ganz leicht, da in der Ecke. Warum auch immer, wenn ich da reinschwimme, bin ich direkt daneben. Obwohl ich da weiter gerade ausschwimme, aber hier ist es. Es ist verwirrend. So. Hier ist es. Guck mal, jetzt schwimme ich gerade noch ein paar Meter Schienen weiter und ich bin direkt hier. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Der Gang geht geradeaus. Ja? Wenn ich da reinschwimme, bin ich direkt da daneben. Dabei ist es hier. Ich verstehe diese Logik nicht. Okay. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass ich es endlich habe. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung, noch 15, 20 Minuten lang rumgesucht. Ey, bin nochmal hochgegangen. Und wieder hier rein, sogar direkt rein ins Herausforderungsgrabben. Habe da nochmal nachgeguckt, aber ich kam da nie in die Nähe davon. So, jetzt habe ich es endlich. Okay, das heißt, hier sind wir jetzt so weit wie möglich fertig. Hier haben wir an sich auch nichts. Das heißt, wir können jetzt hier weiter hier hin. Ich glaube, da wäre eine Schnellreise gar nicht mal so verkehrt. Oder? Ich glaube, eine Schnellreise geht da doch schneller. Dann können wir uns dann nochmal umziehen. So, einmal das da. Ach, guck mal an, die Beine, da habe ich noch etwas, was ich... Stimmt, das habe ich vorhin neu bekommen. So, Schnellreise. Gehen wir direkt hier oben, da sind wir eigentlich relativ in der Nähe. Boah ey, dieses Überlebensversteck, das hat mir echt fast die Nerven geraubt. Ich meine, das ganze Spiel raubt mich schon, teilt immer wieder mehr Nerven. Das kann manchmal schon echt heftig sein. Zumindest auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. Ja. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier sind die also nicht mehr, die Leute. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Onuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Ah. Eingang sind ein Reier und eine Eklipse. Bin unterwegs. Ja, cool. Jetzt hat er das gerade nochmal gesagt. Das war das, wo ich euch gesagt hatte, wo ich hier im ganzen Dorf nochmal nach diesen Hängeldingster gesucht habe. Wie ich hier mal, dass hier dann plötzlich das gesagt wurde. Und jetzt wurde es nochmal gesagt. Das ist gut, da habt ihr also nichts verpasst. Und das ist nämlich dann hier. Rind mit dir, Lara. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Etzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da ausholen. Ich weiß. 60% haben wir mittlerweile abgeschlossen jetzt. Rebellion nebt. Etzli im oberen Paititi-Treffen. Und wir haben ein neues Outfit. Schlangenwache. Gepanzerte Tuniker und Kopfschwung getragen von den Elite-Soldaten des Kultes. Ermöglicht irgendwas. Kultaufträge auf jeden Fall. Aha. Schick, schick. So, wir haben hier drin ein Relikt und ein Dokument und hier leuchtet jetzt einiges auf. Die Diade auf jeden Fall wieder. Gut, weil wir eine Schnellreise gemacht haben. Und hier scheint ein Auftrag zu sein oder sowas. Ich weiß nicht. Ne, das hier ist ein Auftrag. So, hier haben wir das Dokument. hat's täglich. Ein Manifest gegen den Kult. Der Kult von Kukulkan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben immer mehr Druck aus und wir weichen immer weiter zurück. Wenn Unuratu nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, sollten wir ohne sie zuschlagen. Ja, das bringt dann wahrscheinlich auch nichts. F. Er hat wohl einen Auftrag. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Nicht so lange ich da bin. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Oder er hat die anderen vier verraten. Kann er sein. Vier gefangene Rebellen losbinden. So, hier musste doch noch irgendwo ein Relikt sein. So gesehen rechts von mir. Ja, bin ich. Gucke ich. Hier vielleicht. Hier haben wir Holz. Da. Auch wieder arzttäglich. Der Kopf eines Streitkolbens. Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus und bereitet bestimmt ein bisschen Kopfschmerzen. So, mehr gibt es hier unten, glaube ich, nicht. Nein, haben wir jetzt alles eingesammelt. Gut, wir haben eine Nebenaufgabe. Nehmen die Schleute befreien. Die kriegen wohl nichts gebacken, die Leute. Alles muss man selbst machen für die. So, ein neues Lager. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren. Und sie für ihre Sache begeistern. Ja, jeder mag Sieger. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Was für ein Chaos. Die Zeit müssen wir uns nehmen. So, was haben wir denn hier? Können wir noch was machen? Äh. So, ich glaube, jede Waffe ist jetzt wieder auf Maximum verbessert. Okay. So, ich möchte jetzt gerne nochmal was gucken. Können wir nach mit Wahrnehmungspflanzen irgendwie ein mögliches zusätzliche Ausspringen von Feind und Raubtieren? Das war's. Natürliche Ressourcen in der Umgebung. Ne, leider können wir damit nichts... Neues erkundschaften oder sehen. Schade, dass das hier nur fürs Überlebensinstinkt gilt. Na gut, okay. Das wollte ich mich nochmal absichern. Ich finde es immer interessant, wenn man hier so ein Höhlen ist. Man redet mit diesen Leuten. Und die haben in den Höhlen Hall. Ja, aber wenn ich da rede, ist es überhaupt gar kein Hall. Als wäre ich ganz woanders. So, dann gehen wir mal hier raus. Bei meiner Freundin habe ich gemerkt, mit dieser Kutte können wir ganz andere Leute jetzt anquatschen. Und da ist jetzt die Frage, haben die andere Aufträge für uns? Das heißt, wir müssen leider wieder überall mal rumlaufen. Und nachschauen, was hier gesagt wird. Jetzt muss ich nur die Leute finden, mit denen ich dann quatschen kann jetzt. So wie er hier zum Beispiel, wo das jetzt durchgestrichen ist, benötigt die Raya-Tunika. Gibt es auch Leute, die nur mit mir sprechen, wenn ich hier diese grüne Tunika anhabe? Da müssen wir mal schauen. Vielleicht wissen die noch andere Geheimnisse, die ich erkundschaften kann. Das laufen hier einfach mal so ein bisschen schneller durch. Schauen wir mal, ob jemand bereitwillig mit uns quatschen möchte. Der redet zwar, aber ich verstehe kein Wort. 61% haben wir jetzt. Was hat denn der Kleine zu sagen? Achso. Das kennen wir schon. Okay. Vielleicht haben wir hier doch niemanden. Okay. Nö, hier gibt es wohl überhaupt niemanden. Na gut. Auf jeden Fall von meiner Freundin aus weiß ich, dass hier hinten jemand ist. Was machst du da? Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Ha, Mayu? Machan Chupal. Ha, chingualike. Ayu, mechel. Uki, matal uyol. Uyuhelti kantabechtumena hau. Ha, chseten mal auf. Sokinatik. Ushokilehatshela. Ha, ha. Hmm. Jam, bashojiljetel, ha. Hmm. Bejintuklik. Ulagubomayinshakalti. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komm ich zurück und wir reden darüber? Weikin, jantale. Ich bin übrigens Lara. Ich will. Okay, jetzt können wir diese Dinger dann endlich mal lesen. Drei Kultwanbilder entziffern. So, damit hätten wir da schon mal wieder ein paar Aufträge. Das ist so blöd. Das Dorf ist so riesig. Und ich weiß allerdings auch nicht, in welcher Entfernung man sehen kann, dass man mit denjenigen reden kann. Hier haben wir noch so ein Wandbild. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Mhm. Der Gott des Getreides. Oh, hier ist tiefer. Aber wir können nicht tauchen. Hätte er sein können. Hätte er uns was Neues zu sagen? Nein. So, verkaufen wir erstmal nochmal ein bisschen was. Schein längst wieder 40 Gold, ey. So, so ist es sehr richtig, dass sie sich in Maisha burns. So, hier haben wir eingefangen. Puma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Eingefangenen befreit. So, was ist mit dem hier? Der ist neu. So, da hängt schon, da ist schon der nächste. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Das sehe ich auch so. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Ja, bestimmt der, der noch fehlt. Anders kann ich mir das nicht denken. Vier Stück gefangen, einer fehlt. Kommt aber nicht wieder zurück. War bestimmt eigentlich so ein Penner, der die Leute verraten hat, seinen eigenen Kollegen. Oh, da oben hängt noch einer. Ne, es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, der hat schon lange nichts mehr getrunken. Also, Wasser mein ich, ne? So, drei von vier befreit. Hm. Hm. So, was ist mit der? Von uns erwartet, nehme ich mal an, sollte das heißen zum Schluss, war nicht mehr so ganz komplett. Der letzte Teil der Übersetzung kam irgendwie nicht an. Ach, der Markt schreie ja schon wieder. Die ist, glaube ich, auch neu. Was hat die? Was ist passiert? Die Leute waren sich dieses Weges durch die Straßen wohl bewusst. Wir haben sie, über die Flügel zu gehen. Dann haben wir uns auch die Flügel zu verwege, die Tiere auf dem den Flügel der Flügel zu machen. Hier So, Tiki. Das ist der letzte. So, 61% abgeschlossen. Wow. Es wächst. Zu Poma zurückkehren. Äh. Okay. Jetzt haben wir hier noch zwei grüne Sachen. Achso, stimmt. Die müssen ja noch die Dings lesen. So komische Wandbilder. Unka, unka, kaka, kaka. Ja, ja. Okay, beinahe wäre ich runtergefallen. Oh, noch eine Aufgabe. Hallo. Woher kennst du Schumak? Ich finde raus, was passiert ist. Okay. Alles klar. Demo erklären wir aber erst im nächsten Teil auf. Wir sind über unsere Zeit. Wir sind bei 24 Minuten. Gut. Jetzt ist es natürlich wieder nicht mehr allzu spannend. Natürlich machen wir Aufträge, ist ja klar. Also von der Hinsicht ist es eigentlich nicht so langweilig. Aber Action ist halt jetzt nicht so viel. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Auch nur zur Unterhaltung oder wenn ihr es selber auch spielt und wollt 100% haben. Ihr dürft mir auf jeden Fall dafür hoffentlich gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Ihr dürft mich natürlich auch abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play von mir. Ich bin von mir, Gameplay als Hobby. Und wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf dieser meiner Seite. Und tschüss. Bis denn.